Herzlich willkommen zum heutigen Adventskalender-Tipp. Grüß dich. Bernhard, du hast heute einen Gurt mitgenommen. Genau, das ist ein Judoka-Gurt und der steht für Selbstverteidigung. Wir alle, wir verteidigen uns sehr häufig fast etwas zu viel und rechtfertigen. Der Grund ist einfach, weil wir uns auch sehr viele Angriffe fühlen. Was ist da dein Tipp? Denkt daran, das, was persönlich klingt, ist vielleicht gar nicht persönlich. Es wirkt nur so. Denn alles, was euch jemand sagt, ist nichts anderes als eine Frage, eine Meinung oder eine Interpretation. Und mit dieser Einstellung kann man viel entspannter kommunizieren. Das ist ein guter Tipp. In diesem Sinne, bleibt gesund. Und bis zum nächsten Adventskalender-Tipp. Musik 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 Musik